Wir müssen Gas geben. 30 Sekunden. Hallo! Hey und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Barbaren Waro 2. Wir haben ein bisschen Eile. Aber wir joinen heute. Ich muss noch fertig entschannen. Hier haben wir heute. Gar nichts ausgemacht. Scharp 2. Hast du ein Buch schmeißen? Ja, leeres oder gutes. Hast du noch zu bewahrt? Dann kann ich da mehr Bücher machen. Du kannst. Hast du irgendwas? Ah, Scharp. Ich habe ein Scharp Buch. Alter. Ich krieg nur Scheiße auf. Ich muss meinen Halber noch verzaubern. Kannst du mir auch einen entschauen. Leckt es eigentlich, Philipp? Schauen wir kurz. Ich wissen. Wissige? Warum leckt es? Kannst du mir auch einen entschauen, das Buch, Philipp? Ja, kannst du mir Zucker reingehen? Ich muss kurz unten... Und ich muss kurz... Das kann beenden. Hey, warum leckt es wieder um die Wurzel? Was ist denn da los? Kauft euch niemals Webcubes. Jedesmal, wenn man anruft, sagen sie das gleiche. Aber warum gibt es das? Was ich gewohnt. Ich habe 3, Alter. Danke für das, ist schwer. Ich habe noch ein Scharpness Buch. Kannst du den vergleichen. Hallo, kannst du da... Schau, einzeln, ja? Ja, warte. Und Breaken kann ich auch hier haben. Und ein paar Deal-Detection. Nein. Protection Medieval Level? Mit 5 Level? Ne, ich brauche irgendwas anderes zum Verzaubern. Noch kurz. Hast du einen Bogen? Hast du Federn? Wir bauen alles ab. Hast du schon 1 Bogen? Nein. Der sollst du zugucken. Okay. Das ist schwer. Das ist schwer. So was zu tun. Was willst du? Was willst du? Ein Podbuch. Podbuch? Ah, ich muss Bücher noch machen. Kannst du noch Gaps machen? Ich glaube, ich kann beim Buch nichts verzaubern. Nur Power 1. Ich kann meine Schuhe nicht verzaubern. Und dein Schwert nicht verzaubern. Ich mache Power 1 Buch, wenn du willst. Nein, das ist nicht cool. Ich verzauere meine Stiefel. Nein, doch. Ich verzauere meine Stiefel. Ich hoffe jetzt. Bitte. Nein, Feather Falling kann nur Blödsinn. Efficiency. Schabner ist immer ein Schabner Schwert für die. Nice. Es lag der Server ein bisschen. Es lag ein bisschen. Es lag ein bisschen. Wenn der einen Strike kriegt. Bro. Diggi, warum was brauchen der? Für verbotene Items. Was braucht ihr noch? Es braucht 1, 2, 1. Schabt 3. Was braucht ihr noch? Kann ich auch für D-Rotation-Craft mit den Büchern? Sonst kann ich da nichts mehr machen. Oder brauchst du noch mehr Iron-Schwerte? Ich schabt Stützen, schabt 3 zu machen. Wenn du noch eins schabt. Knack-Pack kriege ich nur. Ich krieg noch Blödsinn. Ja, dann lass ich das mal dabei, oder? Krieg noch Blödsinn, Philipp. Ich brauche jetzt noch ein Bob-Buch. Einen Anziger. Ja, ich krieg noch Blödsinn. Aber nur 2 Levels. Ich kann einen Blödsinn machen. Und dann wieder weiter. Hast du noch ein Bob-Buch hin? Nein, außer ich brauche Blödsinn. Zirkel-Blödsinn-Craft. Hast du mich zuh? Was ist denn noch? Du weißt das nicht. Der... Der Kraft hat ja dann Blödsinn. Nein, ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Ich brauche deine Sorge. Ah, ein Level habe ich noch. Ich kann ein Efficiency-Buch anbieten, oder... ein Schaub-1-Schwert noch. Ich habe das Schaub-1-Schwert noch gemacht. Es hat 0 Level. Entschuldigung. Ich muss gerade ein wenig Ordnung da reinbringen. Alles was ich für einen Fight brauche. Ich brauche jetzt nicht mehr viel. Ich brauche das nicht mehr viel. Ich brauche echt nicht viel. Wie viel Essen willst du... Ah, da ist noch eine Sorge. Willst du mit... Feuerzeug... Spüren? Nein, oder? Mhm. Hast du einen zweiten Wassheimer? Nach vorne kann ich... Ach so... Auch ein Wassermorgen. Dann mache ich nachher schnell einen zweiten. Philipp, wir haben leichte Likes. Was? Hast du vor kurz? Nein. Ich gebe dir jetzt zwei Schaub-1-Schwerter. Das war alles für mir. Okay. 3 Level. Und dann noch 2, wir haben 5 Levels. Hast du 5 Levels? Ich habe 0 Levels. Okay. Nein. Warum haben wir leichte Likes schon wieder um die Uhrzeit? Aber sie werden wieder besser. Hast du echt nichts offen? Nein. Das ist wunderschön. Ich bin nicht einmal gescheit. Ich brauche sie bleiben. Hast du Gaps? Ja. Gut. Probierst du, was machst du, was brauchst du? Ja. 2 Level. Okay. Dann liegen sie so oben raus. Hast du noch 8 Minuten? Ja. Oder doch falsch. Wir haben nur noch 8 Minuten. Ich will nur nicht stressen. Ich will nur nicht stressen. Nur ruhig bleiben. Wenn das Card halt wird, ist das Card halt. Weil das ist nicht so schlecht. Wir schauen noch kurz, ob ich da was weiß. Ob ich echt nichts offen habe. Ich streame gerade nicht unabsichtlich. Und nein. Ich habe nichts offen. Vielleicht die Likes. Das gibt es nicht. Naja. Es geht einigermaßen mittlerweile. Ja. Hast du jetzt genug Level? 1 Minute. 1 Minute. Bitte. 2 Minute. So wie da. Das ist gut immer. Schmerz 1. 1 Minute. 1 Minute. 1 Minute. Ich mach dir eine ganz ober Kiste, ok? Da haben wir alles, was wir brauchen, wenn einer von uns stirbt hat, oder? Schaffst du ja alles mitnehmen, oder? Ich brauch's dir noch bei Taubbauen, ich baue dir zwei Weib. Ich würde ja nicht stressen, aber weißt du? So, alles mitnehmen, und schauen, dass es da ist, oder? Schaffst du so durch auf die Band? Ich hab da ein Double-Coveries. Oh? Ja, eins daneben, ich kann dir die gar nicht sagen, als wurscht. Oh, ich fang jetzt verlöcheln. Aufi, 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 aufi. Egal, scheiß, egal. Aufi, wo das Loch ist. Das sind zwei Löcher. Ist scheiß, egal, das sind vier Löcher, und das ist genau wie du willst. Nee. Ja, ich hab mich da schon zweimal aufgebaut. Oh, da musst du mich aufgeben. Nein, neben dir irgendwo reißen, bis sie einen vorfüllen. Es ist nicht so schwer zu sehen, eigentlich. Unten hätte man sehen sollen. Ja, dann bau dich einfach durch, habe ich. Oder da ist es? Nein. Ist das nicht mehr, oder? Jetzt machst du mich psychisch fertig. Wir haben noch drei Minuten. Wenn wir uns am Spawnen... Es laget Full Gas. Es ist unlogisch. Es ist unlogisch. Ich sag's nicht, dass es logisch ist. Aber du machst mich fertig. Philipp, es laget Full Gas. Ich sag's dir mal. Kann man nicht fighten. Kann man nicht fighten? Ok, ich sag's dir mal. das brauche ich nicht da drin. Hey, es lag zu viel. Ich hab das nicht mehr gedacht. Das ist auch nicht mehr. Die Reise ist wieder. Ja. das ist noch ein geld für mich bitte gerne hier passt es ist alle minuten ist wir uns zusammen drauf haben gern bekommst du immer schön wissen wo der geld bis zum garten und das wasser ist ganz wichtig und blöcke und es dann ist ja alles selbst 30 sekunden wir müssen gast geben 30 sekunden bis dahinter es geht los er kommt rüber du bist Da sind die ja draußen. Was? Rein mit? Achso, da sind die da. So ein Fighten? Ja. Ich kann da nicht schreiben. Ich fight schon ein Glück. Ja passt. Ja passt. Versuch sie zum Hitten, Philipp. Ich wirf dir da ein Pfeil her. Ja okay, noch ein Stück. Wie ist das? Noch ein Stück Pfeil vor mir. Warte. Wie war's? Da. Ah, ich bin aufgeregt. Immer schon Essen, ne? Du machst das so mal, gell? Ich hab's noch ein bisschen. So, in Brie geht man drauf, vorne mal. Willi? Du musst mir ansagen, gell? Wenn du in Fett erkommst, gappen. Ich geb einmal, gell? Ich wills vor mir. Auf und du sagst. 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 Tafte, ich sagte. 制 niemand reagiert, die Done. Sie distinctli. Das Wiesges comeback. Ich fühle sich aufgeregt. Ich habe schon dran. Okay, dann ist also ran. Ich bin auch Solutions mit Plents umsonst. Oh, da bin ich nicht aufgeregt. Ja. Mit der face, genau. Aber die consistency ein prost, fast vor er hat es folgt mir bin er zu schnell leider viele gesafe gesafe lassen nur zu weit in einem mutter vorbei und zwar jetzt gehen immer mit hitteln mit sprung von hinten dann krebs den kritz blocken wird ihn nicht blocken geht sehr schlecht wenn es legt kommt mir vor aber es legt nicht mehr so viel gott so keine ahnung warum ich die ganze zeit klick er hat sein staff eingelotet er wollte die gaps einloten wahrscheinlich es wird gerade dauert ich weiß nicht warum ich will ich mal essen ganz normal passt mir vor ich bin sie dann Ich muss es öffnen. Du bist ein bisschen weg. Sag, wie weit du weg bist. Okay. Alter. Wir rennen wie hinten. Du hast ein Teamjust? Ja. Ich bin gerade einmal Ansprung verkackt. Ja. Er muss einfach nur den Ausloggen werden. Dann passt alles. Ich will keiner den ganzen Tag machen. Ich habe einen Lowbrun und den Riffen. Es ist schier. Ich bin echt. Ich muss essen wieder. Er hat irgendeinen Gap drin. Voller schlechtes Essen. Ich schaue mich wieder so gut an. Ich muss gerade fallen. Komm bitte. Er hat mich hoch. Alter, dass du immer so weit weg bist. Und warum Gap ich? Warum Gap ich? Das hätte ich nicht machen dürfen. Philipp. Er ist gut. Er zieht uns. Gib bitte einmal drauf. Dann bin ich hier. Philipp, ich habe noch einen Gap. Ja. Gut. Ich bin leider vor dir. Der Gebäude ist da. Du kannst ihn abspüren. Wenn du willst. Na, rennst du ganz normal mit? Ja. Wie viel weiter weg bist du? Wir haben gesehen. Boah, mit MLG. Das war so gut. Mit MLG. Alter. Er ist aber gut. Er hat nicht so schlechtes Akit. Ich muss essen. Er kommt. Er geht weg. Fuck, ich bin im Block gesteckt. Das gibt's nicht. Er gibt mir immer voll schon. Er macht das absichtlich. Sehr guter Spieler aber. Er muss leider gegen 2 fallen. Ich hätte aber auch nicht gappen dürfen vorhin. Nein. Fuck. Bist du da? Danke. Wenn ich mir kommt immer vor. Ich bin ein bisschen alarm. Du weißt. Du weißt du auch warum ich mir kommt immer vor. Ich bin ein bisschen alarm. Ich bin hin, geil. Mit vier Herzen. Aber vor allem ist es gut. Ich spiel das. Wie viel Herz hast du? Vor. Dann lass ich die eher zu. Dann lass ich die eher zu. Boah, war doch gut. Ich weiß. Also voll live. Geh weg, wenn du nicht voll live hast. Wie viel live hast du? Auf. Jetzt renn ich wieder zu. Ich bin ja richtig. Schau mal. Ich hab auch mal aggressiv einigen zu. Ich wollte aber meinen Gapp sparen. Alter, dass du nicht gestorben hast. Ja, da war Gapp verbraucht. Wie zieh ich ihn dann auch langsam? Ja. Ich will zwei Gapps durchgehen. Wie viel Gaps er gehabt hat. Aber ich wollte nicht noch einen Gap verbrauchen. Verstehst du mich? Er gibt mir fix wieder vollständig. Er hat irgendwas gegessen. Ja mal kurz tief durchatmen, das ist immer gut so. Ja, das gibt der Tempo. Ja, gib mir das Volker schon. Ja, ich bin Half-Life, lass dich nicht auffliegen. Ich komm erst später. Also lass dich nicht alleine wegkommen. Ja, ich bin Half-Life, lass dich nicht auffliegen. Das war gut von ihm. Ich weiß nicht, wenn du zu Lehm fließt, wegrennen. Passt du? Ja, hör auf. Alter, nice. Wir müssen zum Tour reacts ganz schnell. Wenn du alles brauchst. Hau alles weg, was du nicht brauchst. Alles. Abends. Ich hab drei. Backe, wie viele Lappes wegschmissen. Ah, gibst du die Lappes wegschmissen. Für die brauchst du alles? Ja. Ich hab zwei Aufnahmen und es hat es verpasst. Echt? Okay. Na, wie könnt ihr durch seine Sachen liegen danach? Auch macht nichts. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch der geile Fight gefallen hat, gebt ihn da einfach um. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr dieses Mal verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Alle, die fühl zu verzichtet, viel zu schlecht gekippt. Normalerweise hätte ich viel besser. Wunderschöne! Wunderschöne! Bis zum nächsten Mal.